Musik 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 jeden fall das ganze gibt alles und ich würde sagen du erzählst gleich mal was ein bisschen zum gameplay im hintergrund oder ja im hintergrund sehen double nuclear habe ich letztens also vorgestern erspielt und ja ich muss sagen es geht am pc noch es war aber die übelste no hand lobby also sowas werde ich nie wieder sehen am pc oder generell irgendwer am pc das wird einfach nicht mehr stattfinden weil wir jetzt dann alle advanced warfare zocken werden und ich würde sagen wir starten gleich damit und übrigens noch zum gameplay im hintergrund da waren so abfucker die haben mp gezockt im shotgun gezockt meine team jetzt am lotstar gezockt ja gut perfekte bedingungen für eine double nuclear aber egal ich würde sagen wir starten einfach mal mit den spielmodi die kommen werden jetzt genau willst du anfangen oder soll ich anfangen auch raus ok am als spielmodi mal klasse ist natürlich frei für alle ich freue mich auf jeden fall auf dem modus wieder da musst du natürlich dabei sind natürlich auch team deathmatch den neuen modus momentum den ja von world war schon kennt also der dieser modus ist die ähnliches wie herrschaft nur mit den fünf lagen wo man dann wirklich die gegner richtig in den spawn reindrücken kann dann gibt es noch uplink den kennt ja auch schon das war dieser basketball modus und ich würde mal sagen die letzten vier lasse ich mal haupte erklären die kennt ihr wahrscheinlich alle suchen und zerstören suchen und retten aus groß aus groß werdet ihr so mehrere sachen noch hören bei den waffen auch dann noch herrschaft kennt ihr alle abschluss bestätigt capture the flag und hart point das war es bei dem modi eigentlich hart point wird auf jeden fall auch wieder geil da freuen wir uns gleich auch drauf oder würde ich auch sagen ja auf jeden fall ja und dann wozu kommt mir das nächstes hardcore spielmodi würde ich sagen da haben wir noch das sind nämlich nur vier anscheinend des bodenkrieg nicht dabei also keine ahnung ob das noch dazu kommt da gibt es hardcore team deathmatch abschluss bestätigt herrschaft und suchen und zerstören also ihr wisst bescheid welche modi kommen ich würde sagen wir kommen einfach zu waffen genau genau bei den waffen gibt es natürlich wie immer die ganzen kategorien sturmgewehre smgs scharfschützengewehre schrotflinten und ja diese lmgs beziehungsweise energiewaffen und ich würde sagen wir fangen einfach wie gewohnt bei den sturmgewehren an da kannten wir schon drei waffen nämlich die ball 27 die imr und ich glaube die hb r a3 genau und jetzt neu natürlich wir haben es ja schon öfter mal erwähnt gehabt es gibt eine schwitze waffen die ak12 aus ghost kommt zurück und auch noch eine waffe die aus groß zurückkommt die arx 160 ja man weiß jetzt nicht wirklich wie sich die sturmgewehre spielen werden weil von denen hat man eigentlich noch kein gameplay gesehen und da gibt es nur eine waffe da bin ich ganz gespannt drauf die mk 14 was was interessant ist sie haben dieses mal nicht eine eigene kategorie mit dem dem erst gemacht so wie in groß die einzelnschusswaffen sondern einfach wieder bei den sturmgewehren reingepackt wenn es jetzt eine einzelnschusswaffe ist und ja finde ich auf jeden fall geil ich hoffe die schussrate ist nicht limitiert wie bei den dmrs in groß und dann wird auf jeden fall auch sagen ich war jetzt nicht so der fan von den dmrs in groß sie wurden ja immer so hoch angebrüht haben wir haben eine neue waffenglasse aber ganz ehrlich wer hat die bitte gezockt ich fand die nicht so geil aber naja kommen wir zu den mps da kennt ihr eigentlich ich glaube wenn ich das so lese gar keine von den früheren cods da gibt es die kf5 die mp11 die sm1 die sn6 die src3 und die amr 9 also einfach nur buchstaben und teilen keiner kennt sich aus also wir werden dann sehen was das letztendlich wirklich im game sein wird und ja dann würde ich sagen kommen wir zu den scharfschützen werden oder ja da haben wir einerseits mal die links die gab es ja auch in groß dann die morse ich glaube die morse war die snipe die man ja schon von den game leser man kannte und dann kommt noch zwei neue snapper dazu nämlich die na 45 so rum und die atlas 20 mm wie gesagt da können wir jetzt nicht so viel dazu sagen ich glaube 20 mm ist für ein geschoss richtig klein weil es gibt ja 50 50 kalibre ist glaube ich eine baretta oder so ein bisschen größer wie 20 mm oder 20 mm 20 20 mm steht da ich habe keine ahnung leute ihr könnt ja in die kommentare schreiben es kommt mir wenig vor dass wenn es durchmesser ist und das zwei zentimeter oder was ist los egal obwohl das kann ich so kein egal 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 ich komme einfach zu den schrotflatten würde ich sagen ja genau da gibt es die tag 19 die kennt ihr schon das war diese wie nennt man das noch mal die die druckwellen shotgun dings wollen sie wissen bescheid dann haben wir noch die s12 aus black ops 2 vielleicht vielleicht spielt sich die so ähnlich und die bulldog aus groß und weiß es nicht ich bin mal gespannt wie sehr die die waffen verändert haben weil als monster war für wirklich richtig weit in der zukunft spielt im gegensatz zu ghosts oder zu black ops 2 noch und ich bin wirklich gespannt wie die waffen geändert haben also ob es wirklich jetzt komplett neue waffen sind oder eher so oft der vergangenheit passieren bin ich gespannt genau ja dann kommen wir zu den schweren waffen und energiewaffen da kennt ihr eine bestimmt schon die em 1 das da gibt es also dass die laser waffe der vorbesteller bonus mit der em 1 quantum oder so dann gibt es noch eine pytec keine ahnung was das ist dann gibt es die xmg das war die die man auch zocken konnte glaube ich die wir schon gesagt haben die akimbo style dinge dann noch die ep m3 und die amelie aus ghosts ja die frage ist wie die waffen dann wirklich übernommen worden sind von den alten spielen ob das jetzt wirklich komplett neue sachen sind oder eher so auf der vergangenheit person ja genau und ja was haben wir noch wir haben noch die exo fähigkeiten da gibt es eigentlich die altbekannten die wir schon vorgestellt haben es kommt nur eine dazu nämlich exo mute ist im prinzip wie toten still nur man kann diese fähigkeit einfach nur 30 sekunden glaube ich einsetzen und einmal pro leben natürlich das heißt man muss sich in zukunft überlegen wenn man wirklich diese dead silence fähigkeit einsetzt und ja dann können wir jetzt kurz die maps erwähnen werden euch wahrscheinlich nicht sagen weil ja wir haben keine bilder oder dürften die auch nicht mal einblenden wenn wir welche hätten also es sind gibt es da biolab comeback defender detroit greenband horizon instinct recovery retreat riot solar and terrace und ja das war es eigentlich zu den multiplayer karten also ein ege habt ihr davon sicher schon gesehen wie biolab defender oder defender und ja was gab es noch es sind gab es noch oder erschienend oder wie auch immer englisch gut ist bescheid ich würde sagen wir kommen einfach weiter zu den nächsten sachen ähm was haben wir noch was haben wir noch eine gute frage wir hätten eigentlich noch die scorestreaks aber die bilder wurden leider alle jetzt runter genommen und ich bin jetzt eigentlich schon die letzten paar minuten verzweifelt am suchen ob ich irgendwo noch die scorestreaks finde aber sonst ja gut ich werde sie wurden wirklich überall entfernt ich würde sagen wir suchen kurz wenn wir was finden ja das gleich so leute wir haben das zeug jetzt gefunden und übrigens zu der snap 20 mm sind ein wenig größer als 50 kaliber also da sollte gleich der ganze körper weg sein einfach wenn der getroffen wird aber egal ich würde sagen wir kommen jetzt einfach zu den abschussserien hau raus genau die erste abschussserie die wir haben ist mit 350 punkten angesiedelt und ist die aerial recon drone ähm ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig was das ist aber ich würde mal vermuten das ist eine drohne die nur einen gewissen radius rund um dich herum angezeigt wird oder was vermute ich ja vermute ich auch ich bin gespannt wie man die dann erweitern kann weil man ja die ganzen streaks erweitern kann genau und ja dann darfst du zunächst ich würde sagen wir machen ja vorab wie wisst ihr wahrscheinlich schon was da alles ist das nächste ist die aerial assault drone also die wird wahrscheinlich den gegner irgendwie attackieren vielleicht wie so eine hunter killer drohne aufs suizid also ich schätze mal dass das alles erweiterbar ist dass man da irgendwelche anderen sachen rauf geben kann auf die abschussserien wie bei der drohne den orbitalaufsatz und sowas genau dann gibt es mit 500 punkte das care package kennt man auch da ist wieder random irgendwas drin und da gibt es ja wie gesagt eine neuerung das paket kann man jetzt nicht mehr selbst irgendwo hinwerfen sondern das wird automatisch auf eine bestimmte position gespawnt in der nähe natürlich von dir aber ja dann gibt es noch mit 550 punkten ein geschütz remote turret heißt das ganze kann man natürlich auch alles erweitern mit keine ahnung was man da alles drauf packen kann ich glaube da gibt es sogar eine lesere variante davon und dann was ganz was neues hab noch was ist das system mit 600 punkten das ist anscheinend das mp steht zumindest beim text da ja ob das jetzt gut ist 600 punkte oder nicht naja mal gespannt wie lange das dauert ob man da dann auch wieder mit den erweiterbaren killstreaks aufsetzen da dann die zeit verlängern kann und sowas bin ich gespannt das nächste ist dieser vulkan der von oben herabkommt und der quasi so einen laserstrich zieht wo man dann ein paar leute einfach killen kann hält nicht lange aus erfahrung kostet 600 punkte genauso viel wie das system hack und ja dann kommen wir zum nächsten misselstrick ich würde sagen das ist eine typische wie hat man sogar schon gesehen in dem trailer das ist wenn er das tablet das unsichtbare aufklappt und dann im kreis so die raketen runterkommen und dann bäm in die fresse ja dann als nächstes mit 725 punkten bombing run ich vermute mal das ist irgendwie sowas wie ein präziser luftanschlag oder wie ein stealth bomber oder was meinst du schätze ich auch und als nächstes haben wir dann noch ein xs1 goliath den kinder schon das ist der fette anzug der juggernaut oder was auch immer und dann als vorletztes gibt es noch den warbird 58 punkte kostet der oder braucht man und ja dann habt ihr eigentlich auch schon gesehen genau und letztes alles letztes noch den paladin mit 950 punkten und habt ihr glaube ich auch schon gesehen irgendwo und was mir gerade noch aufgefallen ist es gibt keinen schwarm wo ist der schwarm vielleicht kann man ja diese aerial assault drone so umfunktionieren beziehungsweise aufrüsten dass das ein schwarm wird ich weiß es nicht Kann sein Wäre geil Ja auf jeden fall geil 10 tage noch Ich würde sagen das war es aber eigentlich mit dem ganzen sachen jetzt wisst ihr bescheid was so auf euch zukommt von den waffen von den maps von den modi von den Fertigkeiten von den ganzen killstreaks und alles mögliche Und ja ich hoffe das gameplay im hintergrund hat dich gefallen benni hast du noch was ich habe nichts wenn ich Ja dann würde ich sagen wenn euch auf advanced war wer genauso wie ihr freut dann Britz mal wieder den like button ab und wir sind behindert wissen wir danke haut rein Ciao